Es ist soweit. ROCKS, Europas beste Rocks Attribute Bad, kommt nach Deutschland. Die Tour der größten Hits der schwedischen Sensation der 80er und 90er. Die ersten Shows sind am 3.3. in der Cobra in Solingen. Am 4.3. Bivas in Erlenbach. Am 25.3. am Alpenschlachthof in Soest. Und am 21.4. im Burghof Hülnerschall in Frankfurt. Tickets gibt es bei den jeweiligen Clubs zu kaufen.